Guten Morgen, mein Name ist Pasten Reck und ich begrüße Sie heute im Autohaus Inoglu zwischen all unseren Corsas. Nicht einer aus 49 oder 6 aus 49, sondern ihr persönliches Modell. Sehen wir uns den roten Bicolor mal näher an. LED Tagfahrlicht, schwarze 16 Zoll Alufelgen, schwarzer Außenspiegel, im Innenraum ergonomische Sitze, sogenannte AGR und wie üblich der recht große Kofferraum im Corsa. Natürlich auch hier mit doppeltem Ladeboden. Natürlich haben wir die Corsas auch in verschiedenen Ausführungen. Zurzeit ca. 49 Stück Anlage. Der größte Corsa-Bestand im Rhein-Main-Gebiet. Wir finden hier einen passenden für Sie. Schauen wir uns den Innenraum etwas näher an. Automatisches Tagfahrlicht, Multifunktions-Lederlenkrad, die Telefonbedienung, das große Display, Sitzheizung, Klimaanlage, 5-Gang-Schaltgetriebe. Wie Sie sehen, haben wir den Bicolor, vielleicht nieren Bicolor, auch in Schwarz-Weiß. Oder aber in Grau. Einen 120 Jahre in Silber. Einen aktiv in Schwarz. Sie sehen, die Auswahl ist riesengroß. Gerne begrüße ich Sie hier im Autohaus Sinoklu und mache Ihnen ein persönliches Angebot. Mein Name ist Thorsten Reck und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Das Fahrzeug lässt sich wirklich sehr angenehm fahren. Auch größere Personen, wie ich das jetzt mal bin, finden ausreichend Platz und eine sehr bequeme Sitzposition. Natürlich verfügt der Corsa auch über eine Berganfallhilfe. Und auch als Automatikversion hier bei uns verfügbar. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020